Artillerie, Artillerie Hallo, ich muss töten Ja, du musst ja eben versorgen Wir sind schon wieder letzter Oh ne Scheiße Ich möchte mindestens nach oben sein Boah, ich bin putzig ey Zum Kuschel bin ich So, wir sind beim Hügel schießen Zwei Bs Zwei Einzelme Bs Legen wir los Pum 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 Bum 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 Wir haben ein Problem. Das ist gar kein Arsch. Sind die dumm, Alter? Das hat ich auch noch nicht erlebt. 428. Ich stehe auf dem T40 gerade. Da! Ich stehe auf dem T28. Daneben. Oh, ist er weg. Egal, ich stehe es trotzdem drauf. Oh, ich werde abgeschossen. Panik. Ah, rechts, A20. Fuck you. Voll daneben. Ja, weil hier kein Arsch ist. Voll daneben. Ja, als Atelier muss ich noch eine Menge lernen. Ja, ich habe noch Schaden. Noll, Herst am Valentine. Okay, krass, 1 zu 9. Was ist das für ein Noob-Team, Alter? Die sind da alle durchgefahren, alle gestorben. Das habe ich schon nie erlebt. Ey, auf so low-level, das ist echt die reinste Qual. Das ist alles so voll idiotisch. Warum ist eigentlich was aggressiv? Na gut, ist doch mal. Ist doch mal. Wir werden überrollen, das ist prima, prima, Colonia. Boom. Oh, ja. Oh, das PZ. Gib dein Zeig, ey. Boah. Cap, 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 cap. Klar, das schafft es aber noch. Der lebt noch. Schieß! Oh, krass, ey. Matilda ist gar nicht so schlecht, ne? Ich habe so viel Panzerung wie ein KV1. Und schießt also so schnell, er. Und relativ wendig. Ja, die gleiche Panzerung wie ein KV1. Wow, ich habe 52 Schaden gemacht, stolze. Ja. Aber sie ist halt eh 88 von der KV1. Was ist der nächste? Der auf dem ersten Platz, 88 von der KV1. Ja, das ist schon scheiße, unter der Art zu sein. Ne, der hat schon Bison, T57. Nee, die Stufe 3. Weiß ich nicht. Schaut, dass man jetzt schon mal nicht jetzt gucken kann, wie... Ops. Zu oft fünfmal die Tasse gedrückt. Dass man jetzt schon mal nicht shift gucken kann, wie weit man schon mal gucken kann, ey. Ey, da sucht ihr meinen Clan. Ey, den bo bo bo. Ne, Stufe 2. Okay. Ja, ich fahre nach dem linken Support, oder? Hmm, ich fahre rechts. Bisschen aufteilen. Wir sind beide einzigen Artillerie. Ah, ich glaube, ich bleib jetzt hier. Ach. Scheiße, ich bin so weit weg, immer noch. Was ist das, ein putziger Panser, ey? Was ist das, ein putziger Panser? Oh, fuck. Oh, fuck. Ich fahre weg. Pssst. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Abgestaubt, Alter. Abgestaubt, Professorin, abgestaubt. In der Art, die abgestaubt. Hat er nur noch 8% gehabt, kommt der Erdogan warm, Junge, Artillery in ihr face. Ah, Fark reicht nicht, schon wieder nicht. Hätte von Anfang an ein bisschen viel weiter reinfahren sollen, ne. Oh, oh. Oh, das ist die andere, als. Fark. Oh, oh, ich krieg glaub ich gar nicht ein Problem. Ja, ihr habt die andere Artig gekillt. Wirkungsdruck. Ah, wer hat das drei Mal, während der Fahrt. Ja, hab's gesehen. WZ, J. Okay, der ist auf den Sack, kriegt er. Aber so richtig, warm, Junge. Schon zwei Kills? Mhm, klar. Hab die andere Artig gekillt. Ha. Den T57 hab ich weggekriegt. Ja, die macht ja richtig Bock, ey. Das war was anderes, weißt du. Ach, schade, den war ich noch. So weit weg. Fuuuuck. Ja, ja. Fahr gegen Stein. Naja. Hat sich nicht so wirklich gelungen, für fünffache Erfahrung, aber trotzdem. Passt schon. Auf dem Bunker. Ja. Ja, ja. Ja. Ich hab 780 bekommen gerade mal. Wauw, scheiße. 108 Schaden, krass. Wir brauchen eigentlich bis zum nächsten 3000? Oh, hab ich ja fast schon Aber warte auf mich, ja? Kannst du mit deinem Stufe 2 mitfahren? Hahaha, fuck you Da freuen sich alle, wenn du eine Stufe 2 hast Ja So ein BS mit einer Reichweite, die zum Kotzen ist Ey, die Reichweite ist so scheiße, dass da die anderen dich schon abknallen können fast Naja Ja Deswegen ist ich mir gerade auch gefahren, ich muss das ganze Zeit immer nach vorne fahren Ich versuche mal auf dem Berg, ich weiß nicht Wenn die auch hochfahren, dann bin ich geschnitzelt Hm Ich bin auf dem Berg hoch jetzt Hm Kommst du auch hier hoch? Bin schon oben quasi Naja, aber ganz oben Nein Du darfst mich ja nicht sehen, du musst dich über dem Berg schießen Ja, ja, das ist ja das Problem So Kannst du auch hier stehen, wo du bist Äh Los geht's Kann ich überall hinschießen? Gut wie überall Ja, ich wollte gerade sagen Ja, bis zum Schuttwerk, da wo die immer stehen Kann ich schießen, bleib jetzt einfach hier stehen Schieb da schon mal hinten hin Ja, perfekt Ja, perfekt Ah, ganz knapp Ah, ich muss woanders Kannst du so ranzoomen, gell? Das sind Soldatenwürzen Da, ganz hinten, Hetze Alter, ich schieße mal auf die Wespe Ja, ich schieße auch auf die Wespe jetzt Ah, Feuer Boah, Alter Krass, du Scheiße Ja, ich treffe gerade nicht, so wirklich Oh Mein Mensch, es kamen drei Sekunden zu spät Ein Sprinter, Sprinter M3 Stewart Alter, war richtig knapp gerade Weil der A20 vertötet, verbündete Gefällt mir Oh, das ist irgendwie an der Flagge, kann das sein? Ja, ich gucke mal, ob wir die von hier treffen können Aber ich bezweifle es Hm Fuuuuck Fehlt aber nicht viel Aber einfach was zu hat, versuche ich mal zu treffen Ziel ist schneller Ziel ist schneller BAM Nur 17 Schaden Aber stolze 17 Schaden Warte, ich schieße jetzt auf ihn Fuck Ist das abgehauen Oh, ganz knappe Scheiße Wir müssen mal runterfahren Zur Fahne Zielgefahr ich bergab Leute, ich fahre bergab 20 kmh Ernsthaft Ich gucke so auf die Karte Irgendwann sehe ich vom Winkel sahen fliegen Reicht noch nicht, reicht noch nicht, reicht noch nicht Jetzt will es reichen, aber ich sehe nichts Ich stelle mich auch nehmlich Oder ich stelle mich doch in die Straße hier rein Das ist besser Ja Wenn ich eh nichts aufdenke Oh, oh Oh Dann bleibst du Die ist denn jetzt weg Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Warte Drei Zwei Eins Ja, 26 Schaden Warte Man zählt auf mich, der Penner Weg dich Er lenkt immer ab Ich versuche ihn mal da vorne auch noch aufzuhalten Schnell Nice Fuck, er hat sich gut versteckt, ey Oh, warte, vor uns kommt einer Genau vor dir Aufgestanden Ich musste schnell schießen Oh, nice Oh Der 28 hat mich verstört Wer kommt da Ich ziehe schon Ah, wer kommt Oh, hallo Ich kann nicht so schnell zielen Krass Ja, die kann man das nicht wirklich geil Was ist das für ein Scheiß Sicht hier gerade Was ist mit der Kamera Haben sie das gefext Die Kamera ist neu Ich kann nur über Über dem Panzer sein Ah, ne, bei mir war das ein bisschen buggy Was hat das ging nicht Ich dachte, das wäre jetzt ein Bug Los, PZ, go Nice one Los, T Ach, das ist doch nichts Ist doch nichts für dich Schieß, junger, schieß Oh, schade Na, schade Na ja Na ja Aber gut, für die ersten Spieler als Artillerie Ich meine langsam Verchackig ist Ja, du hast auch Ich habe auch keine Reichweite mit dem Das ist so ein Scheiß Wie E1, E6 Oh, hier ist gut Hier ist alles flach Das ist, das ist gut Hast du nicht alles, aber Nein, die Stadt ist gar nicht Ja, aber hier ist wenigstens Relativ viel flach Kann hier stehen bleiben Aber zum Beispiel Sagen wir so, die Fahne ist ziemlich frei Ich stelle mich da einfach direkt hier hin Aber ich gucke mal, wie weit ich gucke kann Das wäre geil, wenn man auf der Karte sehen würde, was man erreicht hat Man hat schon so, was ist einfach so ein Kreis So ein Rissigiger Kreis Ja, wäre es zu einfachen Ja, wäre es vielleicht schlecht Aber schon eine Karte, da kann man ja auch die Reichweite da eingeben Los geht's So, ich kann, aber auch bis zur Fahne kann ich schießen Ja, bis zur Fahne Ja, aber auch nicht Also die halbe Karte Dann muss ich in den Busch rein Und ich kuschel mich an dir Hallo Ja, du bist schon der Bär ist, du Aber ich muss mal ein bisschen so Zum Beispiel, dass ich gleich lenken kann Ich ziehe ihn einfach mal aufs Feld Du musst hier hin zielen, er hat keine schlecht zeigen, wo, ne? Ja, er sagt, markier doch Kannst markieren Ja Ja, doch Also hier halt Steuerung halt, ne? Ja, da an dem Zaun, da Ne, rechts neben den Treibstofffässern, ne? Äh, Tanks, da Okay Da kommen immer welche Als erstes Ja, da rechts T8 C6 Ja, dann ziehen wir da hin Oh, noch ein bisschen Ich zähle Fuck, fährt er los? Feuer Jetzt der Marder Ja, ich muss anladen Nein, es war Okay, es war Ganz knappe Geschichte, ey Ganz knappe Geschichte Oh Oh Komm, Junge Spann, Junge 44 Schieß, Alter Gib mir den Rest Oh, lol Wirklich, selber Oh, daneben Ey, ist das noch nicht markiert Das ist schlimm Aber warte, wir ziehen mal da drauf Die ist jetzt auf den D1 Ja, Moment Der ist gleich markiert Ich zieh trotzdem noch mal in die Richtung Weil das fährt gerade einer und durch Der ist schon noch mal da weg Ne, ne, warte mal Die ist auf den D1 Ja, die meine Stadt Ah, okay Ah, der ist jetzt noch markiert Toll Drei Schaden Aber das waren stolze Drei Schaden Fuck, nur Surfer Doch, Feuer neben Boah, es alles kommt, Alter In der Stock Ah, fuck Hätt ich Rechts auf die AMX-38 Scheiß ich, Dinger Jo Oh, war kurz Surfer Fuck, genau dazwischen Lol Nice work Voll, Turfer, krass Die haben so ne Panzer, ne Nice one Oh, kurz, Turfer schon wieder Ah, schon wieder daneben Serious Nice Das war knapp Fuck you Ey, lol Warum steht der so linksbündig? Einmal links, an ihm vorbei Ey, ernsthaft Ich treff den nicht Warte, schien da auf die Fahne Auf den T57 Fünfzig Keine andere Art hier Jo Oh 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 Der Lacker Ja Okay 38 Ey, den treff ich nicht Das ist so schmal Alter Alan Alan, Biest Biest, Alan 127 So Ja Ääää Ääää Fat soy Junge Biest, for the win Ich seh mal auf ein teammate Ja, warum war ein bisschen angst Du, 18 steht halt irgendwo Ah 46 Ja, ich zieh schon auf ihn Jo Fuck das auch noch getroffene ja 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 komm ich schieße auf den verbinden auf den t1 ist der insand down und du bist jetzt für drei wochen gebannt der schießt auf dem bs hier im bus ja nur noch arti ist einfach auf die mitte die leuchte direkt die fahne getroffen war man will es nicht des tages ich habe den platz 3 ist drei abzeichen verleihen über übrige fähigkeiten bei controller eingepanzerten ja dann wird es doch mit dem arti war